Hallo und herzlich willkommen auf eurem Kanal, lieben Sie uns den Challenge Projekt mit dem Melu und mit Chrissy Gaming. Moin. So sieht sie aus. Und jetzt sind wir noch immer in einer Maisparty. Maisparty? Jo. Oh, bist du noch nicht am Hof, Alter? Gib jetzt mal ein Kitz. Chris ist gleich schon wieder voll. Wow, Alter, ich fahr 64. Schneller geht nicht. Junge, fahr schneller, Alter. Also, wollen wir dann vielleicht noch ein paar Cellul häxeln? Ja, können wir machen. Das wollten die häxeln. Einmal die 60, dann haben wir die 60. Ja, Junge, wir essen mal alles drauf, Alter. Was? Ich hab gar nichts. Das war alles schon anders, wo du bist jetzt. Ja, ich sehe es, Junge. Ja, jetzt kommt er noch mal voll. Die 63 war auch schon mal bis jetzt. L.U. Kaufmannschel. Hä? Hä? Verstückt mich auf den Ball. Nein! Wieso die so beschissene Ecke nehmen? Ich nehme einfach mal hier 8, 9 rein mit. Sympathisch. Ich brauche beide Felsen nicht, ich bin perfekt. Das kann einfach nicht gut werden. Das Zeug kommt doch in Mainz-Ilo, oder was? Spanns. Mach ich einen Abfahrer. Da ist es mir egal bei der Hexel. Ähm, haben wir ein größeres gespannen, weil wir ja nie fertig sind. Hast du auch schon ein übelst großes Gespannen, was willst du eigentlich? Ja. Du mögst jetzt schon rum, Alter. Du hast die erste Führung abgegeben. 9, 6, 9, 10. Ich boote dich mal, Rissi Geri. 8, 9, 10. Ich stehe schon auch voll lost. Wollt. Wollt. Nach einer Zeit für dich. Sympathisch, wo mein LKW wieder drin hängt, Alter. Krassi. Im Finale hängt deine Fahrzeug auf dem Dach. Warum immer I, Alter? Ja. Ich glaube mir, das ist Christoph. Einmal nur Exterschutz mit dem Zaun. Ha! Gieß sogar! Geil! Alter, wie wärst du? Erstmal bist du hart. Da warte. Da warte. Da warte. Da warte. Da warte. Da warte. Junge, wir haben rechts geboten, den linksten geboten. Aber ich glaube, ich bin schneller wie Krassi. Echtens? Nee, ich hab die ganze Kurve da nicht verfahren. Ich bin dann mit dem Kitzel gerade durchschaut. Was war das nochmal für Feld? Ein... Junge, hast du Alzheimer oder was? Einfach durchscheppern da. Krassi. Was? Rein in die Holger einfach. Ja, ich stehe ja schon auf voll lost. Wenn wir so ein Klasse hier reinklingen. Ich hab gleich P-Serber, da bin ich reingeflogen in die Silos. Wenn wir da 80 ankommen. Frisch war P-Serber auf jeden Fall. Ich bin schon da, wo ist jetzt der Häcksler-Fahrer? Der ist Profi. Der ist jetzt auch einfach geradeaus fahren können. Nee, du fährst das mal ums ganze Feld rum. Der ist jetzt auch einfach geradeaus fahren können. Nee, du fährst das mal ums ganze Feld rum. Von irgendeinem Rentner, der P-Sopfen auf der Toilette liegt, Alter. Nee. Guck mal. Wollten wir gleich die Zukunft von Wissegaming erklären, oder was? Wow. Alles gut. Das ist sowieso. Nee. Das ist der Betreisverkäufer. Das schlechteste seiner Art. Das ist sowieso. Nee. Das ist der Betreisverkäufer. Das schlechteste seiner Art. Einfach mitten im Wald. Einfach so scheiß Ballen, Alter. Fritzig nach, ich hab da noch mal einen Ball von dir gefunden. Ja. Du hast denn deine Ballen verteilt, Alter. Das ist ja noch bei Gröns. Schleppspart. Ruhe. Sollen die zu deinem Hof rollen, oder was? Liegt da einfach mitten im Wald so einen Ballen. Ey, jetzt hat er sich aber gut hingekriegt. Die sind nämlich durch und da. Ja, okay. Dann kann ich weiter wegfahren. Ich liebe doch einen Feld wegen, Junge. Noch mindestens die beiden nochmal einmal fahren, dann sind wir durch den Feld. Das ist die Gaming. Du sitzt aber ganz schön steif da in Tempfen. Ist ja kamot. Ja, Röder. Dommelbombe, mein Bruder. Wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut, danke. Hast du Bock zu kommen? Ne. Ah, Ding oder was? Aufnahme? Ja. Ist noch? Oder nicht? Ja, ja. Ach einfach. Hallo. So ist es. Zeh dann schon. Ich fühl mich gerade wie früher im Story, Alter. Da kam jede Minute auch irgendeiner rein. Ja, ey. Soll ich jetzt nochmal auf den Körper kommen? Ja. Ist jetzt schon ein neues Projekt, oder? Nein. Nächste Woche Finale. Ah. 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 Ja. Das heißt, nächste Woche. Aber vielleicht beim L.U. drauf, ne? Ja. Nie beim L.U. Ja. Ja. Töpigame. Kannst du raus, wenn du ein Auto-Chelt machen möchtest? Oder helfen beim Verkauf von dem L.U. drauf? Ja. Wann startet jetzt das neue Projekt? Das ist nur was? Nächste Woche schon. Nächste Woche? Ja. Dann muss er direkt weitergehen nach dem Finale. Nächste Woche. So. Einmal kopieren. Und zwei. B.I. 90%. Echt jetzt? 5.1. 5.1. 7.1. Made ist kurz, ich bin kurz weg. Einfach abgezogen. Wow. Wow. Äh. Ich bin kurz weg. Du musst kurz woanders gehen. Ich glaube hier muss sogar nur noch einer kommen. Weiß ich gar nicht. Das kann ich mir so tun. Gib Kett und bring mir was von Meckes mit. Ach du Scheiße. Wie nimmst du die Chor? Ach du Scheiße. Fahnenfinger auf der A5. Achtung. Ne auf der B5. Warte. Auf der B5. Nein. Nein. W5. W5. Ich weiß. Oder F5. Wegen Forster. Ja. WB. Wegen Waldballen. Ich spiel jetzt. Ach du W5. W5. Ja, den kann ich nicht mehr fahren, Alter. Ich bin um die Ecke gefahren. Ich glaube wir auch. Wir sind auf dem RPSer aber da haben wir gewechselt. Wir brauchen nicht mal mit Discord sein, da haben wir schon. Da haben wir einfach ab 19% die Rundumleuchte angefangen und Abfahrt. Ja. So kommuniziert man sich. Das ist Standard so. Das haben wir bei Farmers einfach auch gemacht. Wir hatten halt auch vernünftige Hexlerfahrer und vernünftige Abfahrer. Aber vernünftige Hexlerfahrer. Halt die Schnauze. Eigenlob stinkt, Junge. Ich weiß nicht. Ich bin gleich der immer am Hexler. Zur 10 dann. Mach Dommel. Ich bin das 2,5lich Hexler. Sorry, du warst in eurer Felder. Stimmt. Okay, DSDS ruft schon. Hä? DSDS ruft schon. Wir brauchen dich nicht mehr. Risse Gaming, sag ich. Ey. Auch so. Witz. Ich kann ausfahren. Beide, Alter. Wir sind einfach gar nichts zu den Ballen. Den nehme ich mir nachher einfach mit. Wollt die Schnauzen. Was? Ey, Junge. Chrissi Gaming, was hast du denn gemacht, Alter? Junge, hier oben liegt eine halbe Wiese mit Ballen rum. Ah, du bist doch heute. Jetzt weißt du, warum ich Quaderballen mache und keine Rundball. Ja, die Wiese ist aber beschissen. Ganz ehrlich. Ja. Wir hätten die Wiese auf den Kauf, Alter. Chrissi Schäme. Chrissi Schäme. Wow. Wow. Wir hatten hier diese ganzen Flächen, hatten wir auch in der Pisa. Wo? Wir haben die umgepflügt zusammengetan und immer meist hochgetauscht. Und wenn wir mal eine Glasfläche hatten, die haben wir dann mit Ladewagen gemacht. Da habe ich mir gelben rumgefahren. Zwei Ladewegen. Abfall. Ich wette, ich bin nicht schneller. Weil du gesagt ich nicht schneller bin. Ich bin mit Cent besser. reinforcement. Wie schmet ich mich an den nächsten da. Ich bin mit Senk nicht schneller. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht schneller bin wie du. ich darf für euch eigentlich nochmal rückwärts in die Hexe fahren äh mach grüßchen Schäming was mach ich? beim Allhexe was mach ich? na was soll jetzt machen? rückwärts fahren nur nochmal abfahren auspressen jetzt fahr ich jetzt mal runter zu mir, aber grüßchen Schäming fällt dann drüber zu kriegen warum bist du eigentlich in meinem Hof? du in meinem Hof? hey du bist im blauen Hof hä? natürlich, guckst du nicht? das bist du das ist rot ich gucke gerne du bist im blauen Hof rot hä warum hast du mir blau angezeigt? fuck du denn hä? 10 sind irgendwie so verpackt wo soll jetzt hinkommen? so 10 so leute dann zeige ich euch mal den Ballenfeldweg hier vielleicht finden wir ja nochmal einen Ballen von Chrissy Schäming wie Ostersuche alter irgendeinen Ballen finden oh scheiße man oh wo fahr ich denn hier lang? alter verbiest oh ooooh oh ooooh oh ooooh johann warst die Klappe noch offen? was? junge öhe ha 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 da ist ja dricks gut einfach ooooh johanns die Klappe noch offen Alter So kann ich mir Chrissi geben echt vorstellen, fährt die ganze Strecke, Junge, mit der Klappe offen. Hey, es ist hier zu, was hast du? Die war gerade noch offen. Bei mir ist hier zu die ganze Zeit. Nein. Hey, dann ist bei dir ein Anzeigefehler. Junge, mein... Ich hab mein ganzes Spiel gerade verpackt. Bei dir Anzeige ist es... Ach du Scheiße, ich bin hier für den Scheißhaufen. Oh Scheiße. Boah, das ist ein ordentlicher MAN, Junge, der zieht noch, Alter, der fährt sich nicht fest. Weißt du, aber wahrscheinlich wie man hängenbleibt, deswegen nicht mehr Anhänger, weil der zu tief ist. Danke dafür, da ist ein Schaufel, Junge. Ich hab mein ganzes aufklart, das ist die Schaufel, ne. Boah, was hat denn der für ein Wendekreis, Junge? Ich hab schon scheiß Dreieckxel. Was heißt ich alle? Ich fahr mit dem Dreieckxel, jo. Was ist ein Dreieckxel gar nicht? Das ist die Grange. Doch. Ich lass ihn nicht ganz. Ich fahr damit jetzt durch die Bahn. Feld 10 sagst du? Nee, ich bin gleich. Okay, dann fahr ich Feld 30. Feld 44 bin ich jetzt. So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo. Du schaust bei meinen Kollegen vorbei und dann sag ich schön einmal bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, Peppi. Bis zum nächsten Mal. Wo fährst du hin, Alter?